So, jetzt, meine Damen und Herren, wer möchte es vielleicht noch probieren hier? Der junge Mann da drüben vielleicht? Sir, you want to try? Yes? Great. Sehr gut. Ein weiterer Kandidat hier bei uns. Wie sieht es aus, Jungs? Mal probieren. Ja, klar. Komm. Einfach rüber Schuhe anziehen. Komm, Kletterschuhe. Die passt gut, ne? Nur ein bisschen eng, aber Kletterschuhe ist immer ein bisschen eng. Männer, wie sieht es aus? Einfach noch nicht? Ah, Schauen. Have you climbed before? Okay, I'll show you. Just step up here. And just try to stay in the middle. That's the only rule I can give you. And just... The orange one is the best to grab? Yeah. Alright, good luck. 3, 2, 1, go! So, auch bei ihm wird es alle 30 Sekunden schneller. Oh. Oh, das sieht auf jeden Fall schon gut aus. You've done this before, right? Once or twice. Das sieht schon gut aus, was der da macht. Ja, Donner, Alter. Das würde ich gerne mal bei euch sehen, Jungs. Ja, ihr dürft gerne auch mal klatschen, einen kleinen Zwischenapplaus. Er ist schon bei einer Minute jetzt. Ja, nicht schlecht. Und das im Anzug. Warum nicht? Ja, ihr dürft gerne klatschen. Man könnte jetzt meinen, das wäre inszeniert. Aber wir haben den Mann vorher noch niemals gesehen. Sehr gut. Meine Damen und Herren aus Italien, Tazio. Ja, Tazio ist Weltrekordhalter im Einhältigkletter. Ja, und das ist nicht alles, was er macht. Er macht auch lauter lustige Sachen. You probably can show us some more skills, some more tricks on the rotor. Gibt es da mit? Okay. Er wird sich gleich mal aufziehen und wird dann heute im Laufe des Tages auch noch hier sein und uns ein bisschen ein paar, ja, seine Tricks zeigen. Er war unter anderem vor ein paar Jahren bei Wetten, dass. Hat dort eine sensationelle Wette gehabt. Da ist er einen 25 Sprossenleiter einhändig hochgeklettert, ohne Füße. Also hat sich immer nur mit der Hand nach oben katapultiert. Das war wirklich sensationell. Damals noch mit Thomas Gottschalk. Und ja, auch wie gesagt, im Einhältigkletter hat er auch sein Weltrekord. Noch mal einen Riesenapplaus für Tazio. So, und jetzt dürfen natürlich auch alle anderen, wie sieht es aus hier vorne? Gerne mal klettern. Ein Wettbewerb, die gewinnen. Warum nicht? Egal, aber er ist ja auch außer Wettbewerb. Du kannst hier... Ihr geht einfach krank. Wettbewerb wiederapurchайте. Bardzo her. Untertitelung des ZDF, 2020